Der Jonathan schenkt mir jetzt den Quarz. Den musste ich leider muten, weil der irgendwie seine Tonprobleme nicht hinbekommen hat. Ist das dein eigener Kopf, oder hast du jetzt einen Comment-Block und den hast du dir aufgesetzt? Ne, das scheint dein eigener Kopf zu sein, weil der sieht nicht größer aus als Skinhead. Jo. Jo, danke für das gespendete Quarz. Kann ich dir hier irgendwas Gutes tun? Hier ist pay einen Lohnertan, gebe ich mal. Hier, kleine Spende. Kauft hier was Schönes. Also ich habe ihm jetzt nicht das Quarz abgekauft, weil es deutlich mehr hat. Möchtest Quarz kaufen? Nein, Spaß. Ja doch, ich möchte Quarz kaufen. Echt? Wie viel brauchst du? Naja, ich brauche sieben Doppelkisten Quarz. Ja, ich form gerade 30, also von dem her Ich kann ruhig mitfragen. Du farmst 30. Ja, krieg anderthalb Millionen dafür. Das sind um die 5k, äh das sind Und wie viel Zeit hat man dir dafür gegeben? Drei Wochen. Drei Wochen. Na, mal sehen, ob du das schaffst. Ich habe schon 15, also von dem her. Du hast schon 15, dann muss ich aber extra. Ja, natürlich. Ich hoffe, farm ich letztendlich. Aber du weißt schon, dass ich hier stream, oder? Ja, und du weißt es noch. Du weißt, dass ich eine Playlist habe, die heißt, so. Du weißt, dass ich hier streame. Du weißt, dass ich eine Playlist habe, die so heißt. Du weißt, dass ich hier streame. Ja, du weißt. Bantor weiß, dass ich X-Tray use, aber Bantor weiß es, also von dem her. Ach, Bantor weiß es? Okay. Ja, Bantor weiß es. Kannst du ihn gerne fragen. Ja, Schweinerei. Dann dürfen hier manche Leute X-Tray nutzen, manche nicht. Es dürfen alle nutzen. Wie? Es dürfen alle nutzen? Erstens, also ich habe... Du weißt, dass ich Zwieback sofort nächstes Mal frage. Ich bin auf die Antwort gespannt. Stopp. Aha, jetzt wird zurückgerudert, oder was? Nein, ich will es nur noch mal... Die Antwort ist so nicht ganz richtig, gebe ich zu. Aber es wurde zu mir von Bantor gesagt, dass es, solange ich Client-Modifikationen nutze, die keinem anderen Spieler schadet, und jetzt, also, keinem anderen Spieler schadet, oder mir jetzt zum Beispiel Kill-Over oder so, Vorteile in den Kampf bringt, kann ich das so ruhig machen. So hat es zu mir geheißen. Okay. So mache ich das seitdem auch, also von dem her. Also, das lade ich jetzt einfach mal als Highlight hoch. Kannst du gerne machen. Dann sollen sich die Teammitglieder das sich mal anhören und das dann bestätigen. Wenn sie es bestätigen, hallo, dann hole ich mir sofort X-Ray und fange an, Quatsch mal mit X-Ray zu fahren. Ich meine, bin ich bescheuert, oder was? Bin ich hier völlig bescheuert? Legits ist ja, wie auch immer, Legits ist ja dasselbe. Hauptsache, man kann den Quatsch durch den Boden sehen. Okay. Gut, dann mute ich mich mal und mache jetzt mal ein Highlight-Video und halte das jetzt mal so fest. Bis gleich. Microphone muted. Sound muted. Untertitelung des ZDF, 2020